Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Nerdplay. Ich bin Lea und ich bin heute nicht alleine, denn ich habe die wunderbare iMu-Cosplay bei mir. Hi! Das bin ich. Hi! Ich finde das total cool, dass wir heute mal Zeit haben, so zu zweit zu quatschen, weil bis sonst haben wir immer nur auf den Cons in so einem Gruppenpanel geredet, ne? Ja, das stimmt. Und immer mit ein paar anderen Leuten noch dabei. Was auch nicht schlecht war. Ja, aber du bist ja jetzt auch kein unbekanntes Gesicht in unserem Podcast, eben weil man dich schon ein paar Mal auf der Bühne gehört hat mit uns. Und dennoch, du kennst das ja, wir stellen am Anfang immer diese tolle Frage, wie hoch ist denn dein Nerdfaktor? Hat der sich irgendwie verändert? So von 1 bis 10? Ist der vielleicht in den letzten Wochen höher geworden, niedriger geworden? Was hast du so getrieben? Also, um meinen Nerdfaktor mal zu beschreiben, ist es jetzt das 9-Euro-Ticket draußen, ne? Absoluter Fan. Und ich suche die ganze Zeit einen Manga, Spikes Family Nummer 4, nämlich. Das ist nämlich da, wo gerade der Anime aufhört. Und ich will unbedingt weiterlesen. Ich habe 1, 2 und 3 und dann 5, 6, 7 und so weiter. Aber mir fehlt immer dieser vierte Band. Vielleicht gibt es ja draußen jemanden, der den hat. Ja, ich war so quer durch NRW und war irgendwie jeder Buchhaltung, um diesen Band zu finden. Also, ja, Nerdlevel sehr hoch. Sehr, sehr geil, finde ich super. Ja, wir haben gedacht, dass wir heute mal über ein ganz besonderes Thema reden wollen, nämlich Kontaktlinsen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ist denn das nochmal zustande gekommen? Ich glaube, letzte Convention war das, ne? Comic Con in Dortmund, oder? Ja, wir saßen irgendwie zusammen und ich meinte irgendwie, ich würde total gerne mal ein YouTube-Video oder sowas machen über Kontaktlinsen für Cosplays, weil ich halt eben so viele Dinge gehört habe, die mich richtig erschrocken haben. Und ja, da sagtest du dann, glaube ich, ja, dann lass das doch im Podcast machen. Ja, voll gut. Und dann sind wir hier gelandet. Ja, ich meine, das war dieser eine Tag, der Sonntag, wo ich auch selber diese Sklera-Linsen halt drin hatte. Ja, genau. Und dann irgendwas an der Linse hatte auch nachher. Oh, das war, das war todesnervig. Ja, auch da können wir heute mal so ein bisschen drüber schnacken. Also, Album hat für euch auch noch solche No-Gos. Also, was sie mir da erzählt hat, ich bin wirklich fast vom Glauben abgefallen, was Leute mit Linsen machen, ne? Und da war für mich auch klar, okay, wir müssen mal über Kontaktlinsen reden, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, viele wissen da auch einfach nicht Bescheid, gerade wenn man so neu ist und so. Und sowieso keine Brille trägt an sich, ne? Ja, genau. Das kommt halt auch drauf an, ne? Also, das wäre jetzt auch quasi die erste Frage, wofür sind Kontaktlinsen da, ne? Um es jetzt mal ganz basic halt anzufangen. Es gibt natürlich zum einen Leute halt mit Brille, die Kontaktlinsen brauchen als Stärke, um ganz normal sehen zu können. Und dann gibt's ja diejenigen, die halt auch noch mit Farbe und sowas Kontaktlinsen haben. Genau. Ja. Ja. Gerade wenn's dann halt im Cosplay-Bereich anfängt. Genau. Also, weil man kann natürlich so Standardsachen machen, wie, ah ja, ich hab jetzt von der Turs braune Augen und ich will blaue Augen, ne? Da kann man schon ansetzen. Aber es gibt ja auch noch krasse Effektlinsen. Was kennst du denn da so auf dem Markt? Halt eben diese Scalarlinsen, ne? Das sind ja diese Übergrößenlinsen, die quasi das komplette Auge bedecken. Sonst sind ja Linsen eigentlich immer so, dass sie nur die Pupille wirklich bedecken und dann in der Mitte so ein Loch haben, wo dann halt eben, wie nennt man's denn, das Schwarze vom Auge? Pupille? Das ist die Pupille, ne? Wie nennt man das außenrum? Ja, oder? Geht schon gut los, weil der Experten-Talk hier ist, wie ist das Auge beschaffen? Genau. Also, normalerweise hat man ja dann in der Mitte quasi keine Farbe, so dass man halt eben ganz normal sehen kann. Ja. Da gibt es ja dann aber auch, ja, so Linsen, die dann irgendwie so ein Gitter haben, extra so ein Mesh drin haben, damit halt dieses Schwarze in der Mitte auch noch bedeckt ist und so weiter. Ja, so Insekten-Augen sozusagen, ne? Ja, genau. Ja, also es gibt halt wirklich auf dem Markt alles. Also von A bis Z. Zombie-Linsen, sonstige Horror-Linsen, wo irgendwie noch Pentagramme drauf sind. Also ich hab das Gefühl, dass, ja, dass es da nicht nichts gibt, was man irgendwie, also es gibt kein Loch, weißt du? Ja, genau. Ich hab das Gefühl, dass es komplett abgedeckt wird, ja. Ja, außer man hat natürlich ganz spezielle Sachen, die man dann haben möchte, ne? Genau, also zum Beispiel kann man ja auch so blinde Linsen halt haben, ne? Dass es aussieht, als würde man quasi die ganze Zeit in den Kopf reingucken, ne? Ja, genau. Also blindes Auge halt. Ja. Es ist echt krass. Und es gibt auch noch so, ja, so Echsen-Augen-Linsen, die dann extra nochmal so eine Pupillar haben, die wie so ein Schlitz geformt ist, ne? Ja, genau. Die sind übrigens meistens gewichtet. Ah, okay. Erzähl mal. Es gibt, also gerade bei diesen Katzen-Augen und Schlangen-Augen, also alles, was so ein Schlitz hat, da kann man ganz gut den Unterschied zwischen günstigen und nicht günstigen Linsen sehen. Nämlich bei den nicht günstigen Linsen, die sind nicht gewichtet. Das heißt, dieser Schlitz kann sich auch mal quer drehen oder irgendwie so auf halb acht hängen. Krass, ich wusste gar nicht, dass die auch gewichtet sind, weil ich hab nämlich auch nur so günstige. Ja, genau. Es gibt welche, die sind gewichtet, die bleiben dann quasi immer so. Ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Also die Technologie, was Kontaktlinsen antrifft, ist einfach super heftig. Ja. Aber ja, daran sieht man das zum Beispiel, wenn man jetzt gerade günstige hat oder nicht. Krass. Ja, direkt was gelernt, voll gut. Ich wusste, dass das eine gute Idee war mit diesem Cosplay-Podcast über Kontaktlinsen. Und was man ja vor allem halt auch noch beachten sollte, wir sind ja beide Brillenträgerinnen. Wir können nur bis zu bestimmten Dioptrien Kontaktlinsen tragen. Und das ist manchmal ziemlich nervig, weil es gibt Kontaktlinsen ohne Sehstärke und eben für uns Brillenträgerinnen mit Sehstärke. Die ohne Sehstärke gibt's eigentlich ja in jeder Farbe und Form, oder? Also ich hab da jetzt noch nichts gesehen, was ich da nicht gefunden hätte. Ja, genau. Aber hattest du denn schon häufiger Probleme, eben dadurch, dass du eine Brille trägst und was mit Dioptrien brauchst? Also ich hab das große Glück, ich hab ja nur minus 2,5. Das heißt ganz notfalls, wenn ich wirklich nichts finde, mach ich's halt einfach ohne Dioptrien. und sieh dann halt so zwischendurch mal, wenn ich was sehen will, die Brille an. Ich bin jetzt nicht so super blind. Also das funktioniert noch. Man kriegt natürlich deutlich schneller Kopfschmerzen. Deswegen versuch ich eigentlich immer was mit Dioptrien zu finden. Es ist wirklich nur echt schwierig, gerade wenn man dann auch so ein bisschen nach deutschen Herstellern gucken möchte und nicht unbedingt immer im Ausland bestellen möchte. Ich hab jetzt nur das große Glück, ich hab zwar eine Hornhautkrümmung, aber dadurch, dass ich dann Kontaktlinsen trage, hebt sich das irgendwie auf. Also normal, wenn ich Brille trage, brauch ich irgendwie noch eine Korrektur für meine Hornhautkrümmung. Krass. Aber weil ja Kontaktlinsen näher am Auge dran sind, als die Brille, wird sich das irgendwie ausgehebelt. Deswegen hab ich auf beiden Augen dann auch nur minus 2,5, die ich brauche. Anstatt auf dem einen minus 2,5 und auf dem anderen sind's, glaub ich, minus 2,25, wenn ich meine Brille trage. Also da ist auch noch ein Unterschied, worauf man auch unbedingt dachten sollte eigentlich. Absolut. Ja, also wie ihr seht, ne, der Markt ist halt riesig. Es gibt alles Mögliche. Aber die Frage ist ja eigentlich, wo kauft man denn am besten? Du hattest ja gerade schon so ein bisschen spezifisch von deutschen Herstellern erzählt. Wo kaufst denn du deine Linsen so? Ganz ehrlich, meistens auf Amazon. Weil's einfach häufig am schnellsten geht oder weil's halt die da gerade gibt. Ansonsten habe ich momentan ziemlich wenig mit Kontaktlinsen gearbeitet, muss ich gestehen. Von daher würde mir so gar kein deutscher Hersteller einfallen, der auch mit Dioptrien arbeitet. Du hattest mir mal einen genannt. Genau, also ich hatte mal für meine Sklera-Linse, weil es gibt tatsächlich in Deutschland kaum irgendwie jemanden, bei dem man Sklera-Linsen kaufen kann. Mit Stärke halt, ne? Ja. Das ist so krass. Ich musste das so heftig recherchieren. Ich hab natürlich auch erst mal so bei Amazon geguckt. Dann hab ich bei ganz normalen Augenärzten geguckt, ob die sowas haben, ne? Bis ich dann halt gemerkt hab, ja, haben die halt alle nicht so wirklich. Und ich hab so gesucht. Und dann hab ich bei leoeis.com was gefunden. Es ist zwar eine .com-Adresse, aber der Versand innerhalb Deutschlands ist ab einem Mindestbestellwert von 10 Euro halt kostenlos, ne? Und diese Linsen sind echt mega, weil man kann die Dioptrien wählen, bis zu, glaub ich, minus 4 müsste das sein, ab 0,25. Und das ist halt der einzige Händler, den ich gefunden habe, der wirklich diese Sklera-Linsen übers ganze Augen gehen mit Dioptrien haben. Also das fand ich richtig cool. Und ich hab die auch getestet. Ich bin echt zufrieden. Ich hab die, wie gesagt, an dem einen Tag hatte ich ein bisschen was unter der Linse. Und ich hatte auch noch so lange Fingernägel mit Handschuhen. Ich hätte halt einfach die Linse einmal raus und wieder reinmachen sollen. Stattdessen hab ich mich abgequält und hatte am Ende des Abends halt ein leicht geschwollenes Auge. Das werd ich nie wieder machen. Auch dafür mal diese hier ganz 100% Transparenz zu zeigen. Auch wir machen halt auch da mal Fehler. Aber daraus hab ich gelernt, wenn du was an so einer Linse hast, mach sie sofort raus. Und dann mach sie noch mal ordentlich rein. Leg sie noch mal kurz in die Flüssigkeit und so was. Aber halt nicht abquälen. Ich hatte so ein geschwollenes Auge am nächsten Tag. Ich sah wirklich aus wie Quasimodo. Ja, ich hatte das auch schon mal, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, ob es schon Staubkorn war oder so, auf der Linse drauf. Und es tut wirklich höllisch weh. Und man quält sich da ab, aber tut es einfach nicht. Und das ist so naiv. Ja, geht einmal ins Badezimmer. Also auf jeder Con gibt's ja meistens irgendwo eine Toilette, wo man sich eben die Hände waschen kann. Waschlecht bitte unbedingt die Hände vorher, bevor ihr in eurem Auge rumfummelt. Nutzt Desinfektionsspray ansonsten, wenn ihr gerade wirklich gar nichts findet an Wassermöglichkeiten. Ja, aber trotzdem lieber Hände waschen, weil es brennt halt sonst auch. Ja. Und nehmt die raus, macht die notfalls noch mal ein bisschen sauber. Habt am besten immer so ein bisschen Kontaktlinsenflüssigkeit mit. Es gibt ja diese kleinen Flächen, diese Reisegrößen. Genau, die gibt's auch bei DM tatsächlich irgendwie 99 Cent oder so. Das ist eigentlich optimal, gerade wenn man halt nicht so häufig Kontaktlinsen trägt. Ja. Und wenn's dann immer noch weh tut, obwohl ihr sie sauber gemacht habt, dann lasst es einfach. Rauslassen, ja. Genau. Dann lauft halt mit diesem einen Auge ohne Kontaktlinsen rum. Oder beide direkt rausnehmen, ja. Ja. Je nachdem. Ja, wenn man Deoptrim hat, muss man sowieso beide rausnehmen, sonst kriegt man, glaube ich, Schnellkopfschmerzen. Schnellkopfschmerzen, ja. Ja. Was mir sonst noch einfällt, war halt Unix so, ne? Ja. Die haben auch immer ganz viele Kontaktlinsen, aber auch nicht wirklich mit Dioptrien und ist halt auch kein deutscher Hersteller. Mhm. Ja, da muss man echt halt gucken, ne? Oh. Schon krass. Ja, meine nächste Frage wäre jetzt quasi, wie lang sind denn Kontaktlinsen so generell haltbar? Es ist eigentlich scherzhaft, dass ich das frage, weil ich weiß das ja selbst. Aber was sind da so deine Erfahrungen? Also meistens, wenn man ja diese bunten Anime-Linsen oder diese Sklera, ich weiß immer noch nicht, wie sie heißen, ne? Sklera? Sklera. Wie die Sklera-Linse halt. Genau. Das sind ja meistens Jahreslinsen. Das heißt, du trägst sie nicht ein Jahr am Stück. Das habe ich auch schon gehört, dass Leute denken, wenn man eine Monatslinse hat, dass man sie einen Monat lang im Auge lässt. Nein. Das heißt nur, dass du sie bis zu einem Monat verwenden kannst, aber du musst sie bitte vor dem Schlafen gehen, draußen mal eben nicht drin lassen. Ja. Das, ähm, ja. Kann ganz böse enden. Ähm, ja. Meistens sind ja Jahreslinsen bei diesen bunten. Ansonsten gibt es da natürlich auch noch Monatslinsen. Es gibt auch Tageslinsen, ist aber da eher weniger der Fall. Ja, das stimmt. Und also gerade bei den bunten Linsen, ähm, die keine Dioptrien haben. Da habe ich schon oft auch mal Tageslinsen gesehen. Aber es ist schon meistens so, dass die bunten Linsen dann doch halt auch für ein ganzes Jahr oder ein halbes Jahr, ähm, verfügbar sind. Ja. Was mir da noch wichtig wäre zu erwähnen, wäre auch, ähm, selbst wenn man sie jetzt einmal für ein Cosplay trägt, dann packt man sie ja raus, macht sie sauber, packt sie wieder in seinen Mitoida, in diesen Linsen-Verhältner. Ähm, der muss regelmäßig sauber gemacht werden. Also ihr lasst ihn da jetzt nicht fünf Monate drin, bis, ähm, ihr die wieder braucht für das nächste Event, sondern ihr nehmt die am besten jede Woche einmal raus, macht sie noch mal sauber und wechselt die Flüssigkeit da drin. Sehr gut. Weil die können nämlich auch austrocknen, dann habt ihr da so schrumpelige Rosinen in eurem Bett. Ja, das ist so, das stimmt. Das hatte ich auch tatsächlich mal irgendwann. Da, ähm, ich habe einfach irgendwie nicht genügend Flüssigkeit reingetan, ne? Und wenn es auch irgendwie warm ist, dann, äh, diffundiert das auch manchmal, dass die Kontaktlinsen-Flüssigkeit oder keine Ahnung, man, man, man macht irgendwas sauber, nimmt sie raus und dann es schwappt über, weil man sie nicht richtig zugemacht hat. Und ich hatte das auch schon mal, dass ich dann aufgemacht habe und dann hatte ich so auch so eine Schrumpel-Rosine da drin und ich dachte so, ah, wie ärgerlich, ne? Ja, also. Die muss man dann auch wegschmeißen, bitte. Genau, auf gar keinen Fall ins Auge setzen. Vielleicht hat man ja die Hoffnung, dass es wieder weich wird, wenn man es einlegt. Nein, 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 nein. Das ist, das ist kaputt. Das ist, also, wenn du, wenn du einen zerbrochenen Spiegel hast, das ist ungefähr das Gleiche, den kannst du auch nicht mehr zusammensetzen. Ja, das stimmt. Ja. Da kommen wir auch direkt zur nächsten Frage, denn wie setzt man denn die Linsen am besten ein? Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen über Hygiene generell halt geredet, aber was ist deine Kontaktlinsen-Routine, wenn du die einsetzt? Mhm, ähm, also grundsätzlich erst mal Hände waschen und so, ne? Mhm. Und mein Optiker hat mir den Tipp gegeben, immer erst die Kontaktlinse. Das heißt, ähm, wenn du die schminken willst, setzt du erst die Kontaktlinse rein, schminkst dich dann. Meistens wartet man nochmal so 5 bis 15 Minuten, wenn man die Linse eingesetzt hat, damit sich das Auge so ein bisschen dran gewöhnen kann, weil man dreht eventuell nochmal ein bisschen, die Kontaktlinsenflüssigkeit läuft aus und so weiter. Ja, hab ich nämlich auch sehr oft. Also tatsächlich, das ist auch der Tipp, den ich sofort von meinem Optiker bekommen hab damals, als ich meine Linsen halt, äh, bekommen habe, ne? Ja, genau. Erst rausholen, auf die Hand tun und dann kann man halt immer noch, auch allein um zu gucken, ne, wie die Linse sich, äh, sich beugt, damit man sie richtig rum halt drin hat. Ja, genau. Also das würde ich auch immer empfehlen, dass man, bevor man sich Kontaktlinsen kaufen möchte, einmal zum Optiker geht und überhaupt das Auge einmal ausmessen lässt. Genau. Erstens ist es wichtig für Leute mit Dioptrien, weil deine Kontaktlinsen-Dioptrien ist nicht dieselbe wie die deiner Brille. Genau, das ist auch nochmal so eine Sache, ne? Also wenn ihr eh beim Optiker seid, immer vorher messen lassen. Yes, please. Ja, und dann grundsätzlich, ähm, nehme ich halt die Kontaktlinse auf die Hand. Man kann ja, wenn man die so auf dem Finger legt und so von der Seite drauf guckt, kann man ja sehen, ob die Linse sich eher so nach innen wölbt oder so einen kleinen Rand nach außen hat. Wenn die diesen Rand nach außen hat, dann ist sie falsch rum. Dann muss sie quasi einmal umgestülpt werden. Ja, also mein Tipp dafür ist, ähm, legst du ja auf die Handfläche, auf die linke, und, ähm, so zwischen dem kleinen Finger und der Handfläche, da hat man so eine lange Lebenslinie, ne? So eine Handflächenlinie. Wenn man die da reinlegt, die Linse, und dann den Finger, den kleinen Finger nach vorne knickt, wenn sich die Linse dann nach innen bewegt, dann ist es richtig. Aber wenn sie sich nicht richtig nach innen bewegt, dann ist es falsch. Also das ist nochmal so ein Idiotentest, sag ich mal. Guck mal, den kannte ich auch noch nicht. Ja, das mach ich halt immer. Da muss ich halt nämlich nicht gucken, okay, bin ich jetzt safe oder nicht. Gerade wenn man so das erste Mal die Linse einsetzt und selber keine Ahnung hat, kann man da nochmal gut checken, ob man die Linse wirklich richtig rum hat. Genau. Ja. Ja, und grundsätzlich setze ich es dann dann rein. Ist am Anfang, wenn man es noch nie gemacht hat, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, üben, üben. Bei meiner ersten habe ich, glaube ich, 30 Minuten gebraucht. Das hat dann immer noch nicht funktioniert. Also probiert es und dann legt sie erstmal weg, wenn es nicht klappt. Und, keine Ahnung, probiert es nach einem Tag nochmal. Irgendwann ist auch einfach das Auge so ein bisschen matschig. Dann hat man auch keine Lust mehr ständig drum herum zu pulkeln und so weiter. Ja, also ich hatte meine Linsen damals bekommen, da war ich 13. Ich bin jetzt 32, ne? Und habe deswegen auch schon lange Kontaktlinsen-Erfahrung und so mit Dioptrien. Und ich weiß halt noch, das erste Mal, als ich die eingesetzt habe, ich habe gedacht, das funktioniert nie, ne? Ja, genau. Ich habe es so lange gebraucht, auch irgendwie fast eine Dreiviertelstunde, weil ich es so nicht gewöhnt war, mir ins Auge zu fassen, ne? Also ich mache es immer so, dass ich, ich bin Rechtshänderin, aber mit der linken Hand hebe ich dann quasi das Augenlid halt immer hoch und auf der rechten Hand, auf dem Zeigefinger habe ich die Linse. Und dann schiebe ich quasi mit meinem Mittel- oder Mittelfinger meistens oder dem Ringfinger das Augenlid runter, sodass ich das Auge öffnen kann und dann setze ich halt so die Linse ein. Genau. Und ich gucke meistens, gucke ich auch zur Seite und setze es nicht direkt auf die Pupille drauf, sondern halt eben auf den weißen Rand da links und rechts. Ja, auch smart. Ja, das mache ich nie. Und dann setze ich immer direkt aufs Auge quasi. Ja, das kann ich nicht. Ich kann zum Beispiel nicht auf die Pupille packen, da weiß ich nicht, bin ich super empfindlich. Deswegen setze ich mir das immer so auf den Rand. Also ich schaue mir quasi meine Nase an und setze es dann auf die weißen, auf das weiße Ding drauf am Auge. Da sind ja volle Profis hier. Ja, total. Ich finde, das war auch so ein Tipp beim Sclera-Einsetzen für mich. Weißt du, die Sclera ist riesig. Also wenn ihr die das erste Mal seht, es ist wirklich nicht zu empfehlen, wenn ihr das erste Mal mit Kontaktlinsen arbeitet, euch eine große Sclera zu holen. Weil selbst als geübte Person habe ich das erste Mal fast 20 Minuten gebraucht, um eine Linse einzusetzen. Ja, die ist wirklich schon. Es ist schwer, weil man muss halt wirklich das Auge sehr weit aufreißen. Meistens kann man die Linse noch nicht mal mit einem Finger halten, sondern muss es mit zwei halten. Und dann muss man es am besten so machen, dass man sie unters Auge drunter schiebt. Das klingt so weird. Aber ich habe so viele Tutorials gegoogelt, weil ich dachte, es kann ja wohl nicht sein, dass ich das als geübte Linsenträgerin nicht hinkriege. Ja, und bei mir war es wirklich am besten, dass ich so die Linse mit dem Daumen und dem Zeigefinger meiner rechten Hand so ein bisschen reingedrückt habe, dass sie halt was kleiner war. Und dann mit der linken Hand das Augenlid weit heben, mit dem rechten Zeigefinger das Auge von unten nach unten ziehen, dass ich quasi das Auge offen habe. Und dann wirklich ganz hoch ins Weiße schieben. Und erst dann vorsichtig versuchen, die Linse unten reinzukriegen. Und dann kann man das Auge vorsichtig schließen. Wenn man es nämlich direkt zukneift, fliegt die Linse meistens wieder raus. Genau, deswegen, man muss da halt sehr geübt sein, sich ins Auge zu fassen. Man darf da auch keine Scheu haben und sowas, sondern muss versuchen, das halt mit einem Easy-Gefühl zu machen. Und wenn das dann halt auch wirklich mal nicht funktioniert, Pause machen. Ganz wichtig. Am besten irgendwie holt ihr euch dann noch zwei Löffel, die ihr euch auf die Augen setzt, auf die Augenlider, um die Augen zu kühlen oder so. Ja. Oder zwei Gurkenscheiben, sowas. Genau. Also ich finde, das beruhigt einen dann auch nochmal, dass man so ein bisschen runterfährt. Ja, auf jeden Fall nicht auf Krampf versuchen. Genau. Und sich nicht frustrieren lassen auch. Das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man halt nicht am Ende da sitzt und denkt, oh mein Gott, das klappt halt nie. Es klappt, aber es braucht halt sehr viel Übung. Man kann ja auch nicht direkt am Anfang Tennis spielen. Eben, genau. Und man braucht natürlich ein bisschen, bis man sich dran gewöhnt. Also je häufiger ich Kontaktlinsen trage, desto mehr gewöhne ich mich dran. Aber so zwischenzeitlich am Anfang, war es halt schon dann sehr ungewohnt. Weil ich habe auch noch sehr trockene Augen. Das heißt, ich muss dann halt auch immer regelmäßig mit Augentropfen arbeiten, wenn ich Kontaktlinsen trage. Das merkt man am Anfang gerade sehr doll. Ja, echt krass, ne? Also ich finde auch, man sollte das ein bisschen gestaffelt halt üben. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Convention in einem Monat habt und das erste Mal farbige Linsen tragen wollt, bestellt die am besten jetzt schon rechtzeitig, sodass ihr ja wirklich im Alltag die Linsen mal ausprobieren könnt. Einfach mal für den ersten Test zwei Stunden tragen, gucken, wie es sich anfühlt. Dann kann man beim nächsten Mal vier Stunden machen, sechs Stunden, acht Stunden, zwölf Stunden oder sowas. Aber meistens sollte man sie nie länger als zwölf Stunden drin haben. Ja, würde ich auch. Das, was der Optiker mir damals immer gesagt hat. Immer so gestaffelt versuchen, bis das Auge sich dran gewöhnt hat und dann halt maximal zwölf Stunden. Es gibt natürlich auch mal so Kon-Tage, die super lang sind. Also man muss jetzt nicht sich einen Timer setzen auf, okay, es sind ja zwölf Stunden rum, ich muss es jetzt sofort rauskriegen. Wenn man dann irgendwie eine halbe Stunde, Stunde zu Hause ist, ist das auch nicht schlimmer. Man sollte halt nicht die Kontaktlinse jeden Tag zwölf Stunden tragen. Nein, das auf gar keinen Fall. Weil man muss auch dran denken, dass die Kontaktlinse quasi dein Auge so hermetisch abriegelt. Also klar, es kommt immer noch ein bisschen Sauerstoff drunter. Aber irgendwann merkst du selber, du wirst richtig müde und einfach ein bisschen bedröppelt, wenn deine Kontaktlinsen so lange drin sind. Total. Man kriegt schnell Kopfschmerzen, finde ich auch. Ja, das auch. Also dann sollte man sich vielleicht auch eine Pause gönnen. Auf jeden Fall. Also auch, wenn man irgendwie auf der Con dann schon weiß, wie man die Kontaktlinsen gut rein- und raussetzt, dann kann man auch in der Mittagspause sie mal ausziehen halt. Ja, genau. Ja. Was ich auch noch immer sehr wichtig finde, gerade beim Cosplay, wie machst du das denn? Schminkst du dich erst und setzt dann die Linsen rein oder setzt du erst die Linsen rein und schminkst dich? Man soll grundsätzlich immer erst die Kontaktlinse machen. Heißt, erst Kontaktlinse rein, sich dran gewöhnen lassen, dann schminken. Weißt du, dass es manchmal blöd ist, sich mit dem abigen Kontaktlinsen zu schminken, aber es ist eigentlich wirklich besser, wenn man es so macht. Auch andersrum, wenn ich dann fertig bin mit der Con und mich abschminken möchte, erst die Kontaktlinsen raus und dann abschminken. Ganz wichtig. Weil man reibt sich am Auge rum und schmiert das ganze Zeug, was man im Gesicht hatte, rum. Da bleibt es nicht auszuschließen, dass eventuell mal etwas ins Auge kommt. Deswegen. Und gerade, wenn man Dioptrien halt hat und sich schminken will, das funktioniert halt meistens nicht gut ohne Linse. Stimmt, das kommt auch hinzu. Ich hatte jetzt gerade bei meinen Sklera-Linsen lange überlegt, wie ich es mache, weil es ist halt auch Full-Face-Make-up mit Farbe, mit grauem Face-Paint. Und da dachte ich dann schon die ganze Zeit so, ja krass, wie mache ich das denn? Sehe ich da überhaupt genug? Und deswegen habe ich halt auch vorher die Linsen immer ausprobiert, mal zwei Stunden drin gehabt und so, zu gucken, wie sich das anfühlt. Und am Tag der Con bin ich auch extra nochmal eine Stunde früher halt aufgestanden, um ganz in Ruhe diese Sache mit diesen riesigen Kontaktlinsen angehen zu lassen. Zu gucken, okay, wie schminke ich mich? Man muss ja auch aufpassen beim Schminken, gerade wenn man mit pudrigem Zeug arbeitet, dass das nicht auf die Augen kommt. Ja, genau. Das habe ich auch so oft einfach, wenn ich mich ganz basic schminke und meine normalen Linsen trage, dass ich dann oft mal irgendwie vom Puder oder so, so ein Körnchen halt ins Auge kriege. Also ich würde euch immer empfehlen, wenn ihr irgendwie Puder über das ganze Gesicht macht, einmal Augen zumachen, wenn ihr die Linsen schon drin habt. Auf jeden Fall. Also mache ich sowieso, weil ich kenne nicht auch. Ja. So, und wir hatten jetzt am Anfang des Podcasts schon über Linsen-No-Gos gesprochen. Aber ich finde, Aimo, du musst jetzt mal erzählen, was die Leute teilweise dich alles so gefragt haben, was du erzählt bekommen hast, weil da sind so absurde Sachen dabei. Und ich denke, aus diesen Fehlern kann man vielleicht auch noch am besten lernen. Yes. Also grundsätzlich fing es damit an, dass mich Leute halt gefragt haben, wo man so Kontaktlinsen herkriegt und so. Hab so ein paar Shops genannt und dann schrieb irgendwann jemand zurück, ich hab jetzt welche gefunden, sogar genau die, die ich haben wollte. Da hab ich so, ja, cool, wo hast du die denn jetzt her? Ja, auf eBay Kleinanzeigen. Also, okay, ja gut, kann ja mal sein, dass jemand hier seine Kontaktlinsen noch nicht verwendet. noch original verpackt, verkaufen möchte. Ja, er hat die nur zweimal getragen und jetzt probiere ich das mal. Die waren super günstig. Und ich dachte mir so, du kannst doch nicht bereits getragene Kontaktlinsen in dein Auge packen. Das Auge ist das wichtigste, die wichtigste Sensorik, die du an deinem Körper hast. Stell dir vor, du könntest nichts mehr sehen, so. Ja. Also, für mich würden viele meiner Hobbys wegfallen einfach. Und ich möchte da doch nicht irgendwie schon erkeimte Kontaktlinsen von jemand anderem in mein Auge packen. Nee, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ja, du hattest doch auch noch erzählt, dass du das auch oft in so Cosplay-Gruppen mitbekommen hast, dass die Leute untereinander ihre Kontaktlinsen vertauschen oder so was. Ja, ja. Es scheint irgendwie so ein Ding zu sein. Ich weiß nicht, wie die Leute drauf kommen. Ich tausche da auch nicht mit jemand anderem meine Zahnspange. Oder Unterwäsche auch eher selten, ne? Ja, also, weiß ich nicht. Also, für mich war es nicht einleuchtender, aber scheinbar scheint das ein Ding zu sein. Ich finde das unfassbar. Also, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Als du mir das erzählt hattest, bin ich echt so aus allen Wolken gefallen, weil ich dachte, wow, das kann doch wohl nicht wahr sein, ne? Ja, also auch nicht mit eurer Schwester oder so, ne? Mit niemandem. Nein. Mit niemandem. Eure Augen sind eure Augen. Bitte tauscht die Linsen auf gar keinen Fall mit jemandem. Genau. Na, also, wenn diese verpackt sind und neu sind und ihr eine abgeben wollt, okay, aber nicht, sobald die aus der Verpackung genommen ist, das erste Mal. Genau. Also, da solltet ihr auch drauf achten, wenn ihr die zugeschickt bekommt von einem Shop, ob diese, da ist so ein, normalerweise, wenn ihr die aufmacht, dann macht das einmal so ein, so ein, das ist halt vakuumverpackt, glaube ich, sogar irgendwie, Genau. Da sollte man drauf achten, dass das wirklich zu ist. Und falls ihr merkt, dass das irgendwie eine kleine Öffnung hatte, immer sofort den Verkäufer benachrichtigen, weil lieber dann nicht einsetzen. Please no. Ja. Und hattest du nicht auch mal irgendeine Story, wo jemand was geklebt hat? Oh, nicht irgendwas mit Kleber? Die hatte einen Riss irgendwie in der Linse und hatte dann überlegt, ob sie das nicht mit, ich weiß gar nicht, was sie da für einen Kleber genommen hat, war das nicht sogar, war das nicht sogar, war das nicht so schlimm? Irgendeinen Kleber hat sie genommen, ich glaube sogar einen flüssigen und ich dachte mir so, also sie hat das halt rausgenommen und geklebt und dann wieder reingesetzt, das war auch nur auf der Con, dass mir das jemand so beiläufig erzählt hat, das kann doch nicht echt sein, das hat sie sich doch ausgedacht, aber sie wirkte sehr ernst, als sie das erzählte. Ich finde das unfassbar, wie kann man denn auf die Idee kommen? Also ich klebe mir doch auch nicht flüssigen Kleber ins Auge. Nee, also ich bin schon bei Wimpernkleber immer so, bloß nicht ins Auge. Bloß nicht ins Auge, damit, ich finde das so krass einfach. Nee, da bin ich, also ich raste ja schon aus, wenn da so ein kleines Körnchen irgendwie auf der Kontaktlinse drauf ist, da kriege ich schon die Krise, aber wenn ich mir mal vorstelle, da ist so ein Klebenaht dran und die reibt die permanent über mein Auge. Vor allem auch noch, wenn es dann eine farbige Linse ist oder sowas, oder eine Linse, bei der du halt nicht viel siehst. Und das ist auch noch ein Faktor, was viele Leute immer fragen, finde ich, sieht man überhaupt was durch farbige Linsen. Wie ist denn da deine Erfahrung? Also es gibt ja diese klassischen farbigen Linsen, wo dann halt in der Mitte wieder dieses feie Loch ist, wo, also es ist ja kein Loch, es ist einfach nur dicht farbisch in der Mitte. Da siehst du halt ganz normal durch. Du siehst zwischendurch eventuell so einen kleinen bunten Rand, wenn sich die Kontaktlinse, die bewegt sich immer so ein bisschen auf dem Auge. Ja. Da siehst du zwischendurch dann mal, keine Ahnung, blau, grün, gila durchblitzen. Dann gibt es ja aber auch solche, die ja komplett quasi farbig sind. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man zum Beispiel jetzt diese blinden Augen haben möchte, also diese komplett weißen Augen, gibt es ja einfach nur, genau, da gibt es ja nur diese mit den, genau, es gibt ja nur so weiß eingefärbt, da sieht man sehr, sehr wenig, finde ich. Und es gibt diese mit so einem Mesh, das ist so, als würdest du durch so eine, ja, gröbere Strumpfhose gucken. Also du siehst nicht alles, aber du siehst schon sehr viel, also sehr viel mehr, als wenn du nur so einen heißen Punkt vor den Augen hast. Das stimmt, ja. Und bei der Spera wurde ich auch ständig halt gefragt, ne, Lea, siehst du dadurch halt überhaupt was? Und die Antwort ist, ja, tatsächlich, ich sehe da fast so gut wie mit normalen Linsen, ne, also natürlich ist jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt. Aber man hat halt immer so ein kleines Loch in der Linse und dadurch, das ist das Pupillenloch, ne, dadurch kann man halt gucken. Und das ist halt richtig cool. Also bei der Spera siehst du es wirklich gar nicht, ne, wenn ich die Spera so auf meiner Hand habe, sehe ich auch das Loch, ne, aber sobald ich es ins Auge einsetze, dann nicht, weil das halt das Schwarze ist am Auge, was das Verdicht durch man sieht, ne. Ja, genau. Das ist total spannend. Also man muss sich das so ein bisschen vorstellen, als würde man, ja, die Hände wie so ein Fernrohr nehmen und dann vor die Augen machen. So sieht man ungefähr halt, finde ich. Also würdest du die Hände so in O formen mit den Händen und das vor das Auge halten. Also so zwischendurch hast du wahrscheinlich immer so ein bisschen schwarz, was so links und rechts ein bisschen zu sehen ist. Genau, aber halt nichts, was permanent deine Sicht halt irgendwie zerstört, finde ich. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil viele Leute halt Angst haben, dass sie nichts sehen und das stimmt halt so eigentlich gar nicht. Nee. Also da gibt's natürlich dann welche, die nicht dieses Loch in der Mitte haben. Genau, natürlich. Genau. Das hatte ich auch schon mal bei irgendeiner, auch bei so einer Mesh-Linse, glaube ich. Da sieht man halt ein bisschen schwieriger durch. Da sollte man dann halt einfach gucken, auf was für einer Veranstaltung man das trägt. Also auch da halt wieder vorher testen, wie wir schon jetzt mehrfach betont haben, weil dann könnt ihr halt feststellen, okay, brauche ich vielleicht Sehhilfe. Und dann kann man FreundInnen auf der Con darum bitten, so ey, sag mir, wenn da eine Treppenstufe ist oder so, dass man da nicht komplett blind gegenläuft. Aber bisher, ich habe bisher immer so gut gesehen, dass ich halt alleine klarkam. Ja, geht mir ähnlich. Meistens hatte ich dann noch eine Krone oder irgendwie eine Augenbinde vorm Kopf, die mehr Probleme bereitet hat. Hattest du noch mehr geile Geschichten von absoluten No-Gos? Zumindest keine, die mir jetzt gerade eintragen. Also klar, es gibt immer mal wieder so Leute, die dann nicht zum Optiker gehen und einfach Linsen mit Dioptrien bestellen, weil es gerade dieselbe ist wie die Brille. Ja. Geht in den meisten Fällen gut. Ich finde es halt, lass das vorher testen. Ja. Ist jetzt nicht so viel Aufwand. Und es ist meistens kostenlos. Ja, das kommt immer drauf an, wo man hingeht. Ich habe jetzt halt auch eine neue Brille und meine Augen haben sich verbessert, habe aber noch meine Linsenstärke von der vorigen Brille. Ich muss halt auch mal dringend hin und das dann einstellen lassen, weil ich merke halt jetzt, ich sehe zwar noch was, aber ich sehe nicht mehr so wahnsinnig gut und das ist natürlich gerade ärgerlich, wenn man irgendwie ins Theater oder ins Kino geht oder so. Ja, das wäre ich auch zwischendurch, wenn ich meine alte Brille aufhabe. Schrecklich. Ja. Cool. Was mir noch einfiel? Was war es? Ich habe es vergessen. Oh nein! Du so, was mir noch einfiel? Ah, vergessen. Ich hatte es schon ganz kurz erwähnt gehabt. Ja. Hau raus. Mit Kontaktlinsen schlafen gehen ist absolut No-Go. Ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist, aber wenn ich mit Kontaktlinsen schlafen gehe, selbst wenn es so ein kleiner Nepp ist, die schieben sich teilweise irgendwie so an die Seite vom Auge, also da, wo ihr das Augenlid nicht mehr hochklappen könnt und bleiben da für eine Zeit. Also da müsst ihr ziemlich viel reiben und immer in die Mitte des Auges reiben, bis die Kontaktlinsen irgendwann wieder auftaucht. Ja, bei mir ist das Problem tatsächlich, dass die super trocken werden und ich die dann nicht mehr richtig rauskriege. Ja, das auch. Und dann die Augen schwellen dann an, das ist so unangenehm. Ich habe das so oft irgendwie, wenn ich, wenn ich nachts im Auto sitze, auf dem Beifahrersitz und versuche zu pennen und Linsen drin habe, es ist immer scheiße. Ich ärgere mich danach immer, dass ich so doof war und geschlafen habe, weil es echt krass wehtut. Also ich kann es nicht empfehlen und jeder Optiker würde euch auch davon abraten. Die Sache ist halt generell immer die, wenn ihr noch nie mit Kontaktlinsen gearbeitet habt, dann geht einfach doch mal zum Optiker oder zum Augenarzt und lasst euch kostenlos beraten. Einfach mal nachfragen, das kostet halt, wie gesagt, meistens nichts. Wenn man einfach mal fragt, hey, ich möchte das erste Mal Linsen ausprobieren, ist für ein Kostüm, können Sie mir noch irgendwie ein paar Tipps geben oder so. Oder ihr hört euch natürlich noch mal diese Podcast-Folge an. Genau. Aber dazu muss man sagen, wir sind keine Optikerin und wir sind auch keine Augenärztinnen. Wir sind nur Leute, die Linsen benutzt haben. Euren Optiker können auch noch den feuchtigen Halt eurer Augen bestimmen und euch dann sagen, ihr braucht dann noch irgendwie ein paar spezielle Kontaktlinsen. Manche sind sogar gar nicht geeignet für Kontaktlinsen, weil sie so trockene Augen haben. Richtig, also lieber checken lassen. Und ganz ehrlich, ich finde halt immer, Kontaktlinsen sind so das i-Tüpfelchen eines Cosplays. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Macht euch nicht wahnsinnig. Ihr könnt immer noch das Ganze mit einem Fotobearbeitungsprogramm nachher faken, wenn ihr ein cooles Foto haben wollt. Das mache ich momentan so häufig. Ja, eben. Ich mache das auch super oft, wenn ich hier zu Hause Fotoshootings mache, dann ziehe ich nicht extra die Linsen an, weil kein Bock. Und dann siehst du auch besser und alles. Und das ist dann halt viel angenehmer, einfach wenn man es kurz Photoshoppt. Also ich finde es halt wirklich auch nicht schlimm, wenn man einen Charakter cosplayt, der sagen wir mal braune Augen hat und ich habe halt jetzt grüne Augen. Also da lege ich nicht so viel Wert drauf, dass das dann perfekt umgesetzt ist. Also Augenfarbe ist meistens so egal. Außer, finde ich, es gibt halt so Charaktere, wo die Augenfarbe auch irgendwie eine Gabe hat oder sowas. Oder was halt wichtig ist. Ich finde zum Beispiel hier bei Annabeth Chase aus Percy Jackson, die wird immer mit diesen eisgrauen Augen beschrieben, die durch einen durchgehen. Und keine Ahnung, bei Annabeth finde ich zum Beispiel so ein cosplay, da würde ich mir auf jeden Fall Linsen holen. Aber bei, keine Ahnung, so normalen Sachen halt oft nicht. Ich habe so viele Cosplays, da habe ich gesagt, das ist mir komplett egal, nur weil die jetzt irgendwie blaue Augen hat und ich habe grüne, äh, nee. Aufgeschissen. Ja. Und gerade halt bei so Anime-Charakteren finde ich es manchmal dann halt auch wichtig, ne? Also weil da halt viele bunte Linsen einfach es gibt, die, ähm, ja, die ist so halt, die man nicht hat als Augenfarbe, ne? So Lida oder Gelb oder sowas. Ja, genau. Aber auch das ist halt ein i-Tüpfelchen und nicht, man muss das auf, äh, aufs Kotzen kommen, raus machen, ne? Nee, auf gar keinen Fall. Fallen auf, wenn es irgendwie sehr unangenehm ist im Auge. Lass es einfach sein dann. Genau. Also es ist halt immer Regel Nummer eins, die Gesundheit geht vor. Aber das ist ja, würde ich mal behaupten, beim Cosplay immer eine Regel, die, äh, viel zu wenig Leute beachten und die sich nachher dann in den Arsch beißen, weil sie es halt nicht gemacht haben. Ja. Also meistens ist das so, ja. Ja. Ah, das war ein richtig schöner Cosplay-Talk, Aimo. Ich bin richtig beseelt jetzt wieder und hab wieder richtig Bock auf Cosplay. Ich auch. Ich hab, ich hab auf einmal Lust auf Kontaktlinsen. Ja, voll, ne? Verrate doch mal allen, wo man dich online finden kann und was du so machst, weil du bist ja auch auf Twitch unterwegs. Mhm. Also auf Twitch, Aimo Cosplay eigentlich grundsätzlich, egal ob's jetzt Twitter, Instagram ist, äh, einfach unter Aimo Cosplay oder auch auf meiner Website. Ich hab nämlich eine. Oh. Cool. Äh, das wär einfach imocosplay.com. Ah, sehr geil. Das muss ich gleich direkt mal auschecken. Das wusste ich nämlich auch noch gar nicht. Ich hab mir die irgendwie, oh, die hab ich, glaub ich, schon ein Jahr oder so. Ah. Eigentlich ganz cool. Ich find's so als Portfolio irgendwie voll. Ganz schön, wenn man das hat. Ja. Ah, boah, ich bin gerade rein. Und du hast auch einen Shop. Erzähl doch mal. Äh, ja. Ja, ich hab einen kleinen Shop auf meiner Website, wo ich dann so zwischendurch so ein paar Cosplay-Zubehör-Sachen anbiete, ob's jetzt irgendwie so ein paar Patches sind oder, ähm, ja, Prints könnte man auch kaufen. Im Shop an sich hab ich jetzt nicht so viel drin, aber grundsätzlich, äh, müsste ich den mal updaten. Ja. Weil ich, äh, weil ich, äh, schon wieder so viel Kram gemacht hab, aber irgendwie so das Organisatorische und Bürokram, da komm ich nie so hinterher. Ja, kenn ich. Mhm. Also, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit mir über Kontaktlinsen zu quatschen. Ich hoffe, ihr da draußen habt so ein paar Tipps mitnehmen können und wenn ihr Fragen habt, ihr könnt uns ja auch jederzeit über Hipster-Fangirl-Fashion auf Instagram schreiben und, äh, ich würd sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Yes. Tschaui. Tschüss. Tschüss.